Der LASK belohnt seine Fans bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Raiffeisen Arena. Gemeinsam mit unserem Mobilitätspartner der Linz AG, unserem Leading- und Naming-Ride-Partner der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und der CARO Mobility App wollen wir den Verkehr entlasten. Was erwartet euch in der App? Euer Ticket zählt am Spieltag ab fünf Stunden vor Spielbeginn und bis um Mitternacht als Fahrschein für die Öffis. In der CARO Mobility App könnt ihr euch euren Fahrschein anzeigen lassen und so einen Bonus sichern. Fans, die bereits einen Fahrschein wie das Klimaticket besitzen, erhalten einen Bonus von 50 Cent. Ohne ein eigenes Ticket belohnen wir euch mit 25 Cent. Euren Bonus könnt ihr beim Stadionkiosk am Spieltag einlösen. Für all jene, die mit dem Auto anreisen müssen, werden in der App alle Parkgaragen der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich angezeigt, welche den Sondertarif von 3,20 Euro anbieten. Ladet euch jetzt die CARO Mobility App runter und profitiert bei der Anreise zur Raiffeisen Arena mit dem öffentlichen Verkehr.